Das war am Köpfen, zum Beispiel. Gange rein. Das ist schweinig. Daniel, treib's nicht. Du musst dich auch schnallen. Ich sehe mein Auto schon irgendwo dagegen hängen. Ich auch. Bist du von der Kupplung runter, ne? Bist du recht? Musst du die Kupplung prüfen ins Auto? Oh, mach das Auto. Das ist aus, gell? Nein, Daniel. Daniel, mach langsam. Langsam, langsam. Sag das aus. Es sieht aus. Du musst auf die Kupplung. Daniel, langsam. Ja. Du musst auch schalten, weißt du. Ja, nicht doch. Lass ihn schalten. Moment, jetzt wieder schaltest du die Kupplung. Hör doch von diesen Absperrungen. Daniel, nicht links, rechts, rechts. Guck mal, wir hängen gleich irgendwo dran. Jetzt geht's. Rechts. Oh, du hast es aber schlicht. Steht mal nicht. Ich bin auf. Ich schieße auf. Hör doch. 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 Der vierte. Der dritte. Der dritte. Der dritte. Der dritte. Du bist immer noch der erste drin. Der zweite ist unten. Der zweite ist unten. Ach so. Hör doch. Hallo, du weißt schon, oder? Hör doch. Hör doch. Was machst du? Der dritte. Du hast kein Gang drin. Daniel, der erste Gang neu. Das Gang soll noch nicht mehr am Arsch, oder? Scheiße, ey! Scheiße, ey! Daniel, wie du? Ey, ist das Licht überhaupt noch? Ah, ich sehe ja nichts, deswegen! Ja, und deswegen kriegst du keine Zeuge! Wo geht das Licht ab? Links drehen! Der linke Schalter nach vorne drehen! Jetzt mach ich nicht! Vorne drehen! Mach den Blinker aus! Fahre wieder irgendwo rechts rein, dass wir nicht auf der Straße sind! Mach auf, mach auf! Fahre wieder raus! Fack! Du musst doch den Kopf reinmachen! Du rutschst ja nur! Den Kopf rein! Dreh den Kopf rein! Dreh den Kopf rein! Mach's nicht! Jetzt hopp! Und Kopf rein! Und jetzt weiter! Pass auf den Hase! Hör auf den Hase! Hör auf den Hase! Hör auf den Hase! Hör auf den Hase! Guck mal, das Licht geht zu fast aus! Hör auf den Hase! Scheiße! Hör auf den Hase! circa Viere! Hör auf den Hase! Hör auf den Hase!